Das Turnier King of the Ring ist wieder zurück und zwar haben 8 Leute die Chance, der King of the Ring zu werden. Und zwar Bad New Spirit, Dolph Ziggler, R-Truth, Stardust, Sheamus, Dean Ambrose, Neville und Luke Harper. In der Raw-Ausgabe fandet das Turnier schon statt, nur die Viertelfinal-Matches. Die Ergebnisse findet ihr in der Videobeschreibung, da ich niemanden spoilern möchte, deshalb erwähne ich nicht, wer genau gewonnen hat. Und bei SmackDown wird es fortgesetzt mit dem Halbfinale und dem Finale. Eine kleine Notiz an sich, der letzte Gewinner von King of the Ring war Sheamus. Ich habe ja bereits berichtet, dass die WWE eventuell ein Match zwischen Ronda Rousey und Stephanie McMahon für WrestleMania 32 plant. Nun hat Dana White, Präsident der UFC, in einem Interview geäußert, dass sie ihren Auftritt super fand bei WrestleMania 31, es aber ein One and Done war. Das bedeutet, dass Dana White verbietet, dass Ronda Rousey ein WWE-Match bestreitet. Damien Sandow hat seinen alten Namen Damien Mistow abgelegt und seit der letzten Raw heißt er wieder Damien Sandow. Nächsten Montag, nach der Raw-Show, gibt es die Pat Patterson Appreciation Night in Montreal, Kanada. So, dann noch News zu Payback und zwar habe ich ja erwähnt, dass es ein Pay-Per-View-Poster gibt. Das ist aber nicht ganz richtig, es gibt das offizielle Pay-Per-View-Poster und zwar ist in diesem Poster Randy Orton abgebildet. Link findet ihr in der Beschreibung. Und bei der Raw wurden zwei Matches für Payback bekannt gegeben. Einmal Roman Reigns vs. Seth Rollins vs. Randy Orton in einem Triple Threat Match um den WWE World Heavyweight Championship. Und dann noch Rusev vs. John Cena in einem I-Quit-Match um den United States Championship. Die beiden Matches finden in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai in der Royal Farms Arena in Baltimore, Maryland statt. Das waren die heutigen WWE-News vom 29.04.2015. Ich hoffe, euch hat die heutige Ausgabe gefallen und eure Meinung zu den angesprochenen News könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Die Abschlussfrage für heute ist, wie ihr Extreme Rules fandet? Schreibt es in die Kommentare und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!